so weiter geht's mit lead for speed heat und damit herzlich willkommen zurück ja wir machen heute weiter mit der nächsten story mission mal wieder ein bisschen wir müssen eh noch ein bisschen gucken dass wir ein bisschen teile einbauen können manche teile manche fahrzeuge gebrauchen manche wochen was 200 rufs wieder der nähe moment ich tue mir das schon kurz und zwar ist hier eine rote welle ok aber nicht so ganz scharf drauf alles zu holen wir müssen sowieso nach und nach machen der schadenswurz das rocken wir mal kurz ich muss mir sowieso mal ein paar neue autos noch zu legen bedrift und so wahrscheinlich werde ich mir da den rg7 oder denis und sylvia holen mal gucken meine von den beiden wie ich da bock drauf habe so auf jeden Fall geht es weiter mit der story da steht wieder dex mit seinem nissan skyline aber jetzt wollen wir jetzt mal hier ein bisschen rocken ach gut genau wir kriegen ja das neue fahrwerkskit würde das ding hier rocken so wie das kann passieren dass er jederzeit weil er sich jederzeit zwischendurch mein handy geklingelt dann weiß ich mich zum bescheid weil wie gesagt heute kommen noch leute für mein schlafzimmer kommt heute zum beispiel das kann also sein dass jetzt immer der anruf kommt ey du musst jetzt immer mal rüber ich muss meine zwischen zu meiner wohnung ich sitze ja mit meiner freundin das wird auch die nächste zeit noch so sein und deswegen seht es mir bitte nach dass ich zwischendurch mal kurz weg muss sonst müssen wir aufs handy muss naja gucken wir mal kriegen das schon hin auf jeden fall wir haben über 600 meter vorsprung und der exakt ist momentan nur p4 aber die erste runde ist schon mal durch aber mich wirst du nicht überholen kollege ja der mithilse gefällt mir auf jeden fall er hat richtig power sobald wir irgendwann mal stufe 11 brauchen mehr weitere teile freizuschalten also müssen wir definitiv irgendwann mal nachts doch fahren krass wir haben schon bald anfangen wir haben schon bald die zweite runde durch und wir oder wir sind jetzt schon laufen auf den letzten auf also die sind echt nicht schnell teilweise das dürfte der golf seine vor mir jetzt ist es auch der golf 1 ist es ja hallo ich ziehe echt nicht ich ziehe gerade übel davon weil da ist das restliche feld ja ich verlass mich auf meinen entspurt Ich habe eine runde Vorsprung vor dem ganzen Feld. Krass, ne? Sehr schön. Danke. Alles klar. 13.300, die haben wir mal kurz mit eingesackt. Und wir haben den Schadenswurf abgeschlossen. Neues Inventarobjekt, die Straßenfederung. Eine Pro-Straßenfederung, sehr schön. So, was haben wir denn als nächstes? 51.000 haben wir mittlerweile auf dem Konto. Ich glaube, das würde noch nicht reichen für ein neues Auto, ne? Wir können mal reingucken gerade. Aber da wird es auch ein neues Auto leisten könnten. Was haben wir denn für schöne Autos so? Ja, wir hatten müssen warten, bis wir die Stufe 12 teilweise haben. Aber wir haben echt noch nicht. Warte mal. Wie weit müssen wir denn hochpushen? Den ersten Ferrari kriegen wir auf Stufe 12. Also wir haben fast einige Autos, die wir jetzt auf Stufe 12 bekommen. Dann ist er noch 150 Z. Mustang. Okay, wir haben noch nicht alle. Ja, bisher noch nicht. Wie müssen wir denn zum Beispiel die ersten Autos? Sonst ist es so ein Nissan zum Beispiel. Den brauchen wir. Will ich vielleicht fahren. Das ist ein Skyline. Krass, das ist mal ein bisschen. Wenn man so spät freigeschaltet bekommt. Die Corvette erst auf Stufe 20. Den Nissan bekommst du erst leider auf Stufe... Wow. Den würde ich auf jeden Fall fahren. Auch auf Stufe 20. Also wir müssen noch ein bisschen was fahren. Also wir können auch keine Autos holen. Und zumindest nichts. Okay. Ah, wieder mal sei. Warte mal. Wir haben ja wieder Teile. Wir haben ja wieder ein bisschen Geld. Ja, bitte. Gehen wir mal kurz hin. So. Ja. Setz dich und komm erst mal runter. Mhm. Mhm. Ich gucke gerade, ob ich ein bisschen was im Doppelbesitz habe. Das Problem, ich kriege dir nichts Neues, wenn ich jetzt nicht... Warte mal, der hat ja noch gesagt, neues Fahrwerk, ne? Ja. 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 Hm, okay. So. Aber Geld brauchen wir gerade momentan nicht. Ich muss erst mal nachts fahren, damit wir weitermachen können überhaupt in der Story. Weil wir brauchen dringend Geld, beziehungsweise dringend Level für Teile. Sonst ist, äh, schwierig. Also wir brauchen Level, 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 damit wir neue Teile freigeschauen bekommen, damit wir das Auto weiter aufbauen können. Ansonsten ist das verdammt schwierig so. Ähm, was haben wir denn Schönes? Haben wir noch irgendwie einen Rennen? Ja, der da. Okay, müssen 194 Euro Rundkurs rein, 194. Ich brauche, ja, fuck you. Ich brauche dringend Teile. 90 verfügbar. Ja, mhm, auch 200, ja, ich brauche dringend gucken, dass ich halt, wie gesagt, Level kriege, dass ich da ein bisschen weitermachen kann in der Story. Hm. Ansonsten, wissen wir, ach, das ist ein, ne, das ist ein 140er. Sehr schön, dann können wir nämlich da weitermachen. Da muss ich nicht alles doppelt und dreifach fahren. Ich hoffe, dass hier jetzt hier keine Kopfs irgendwo auftauchen, weil ich habe jetzt ehrlich gesagt, kein F dazu jetzt irgendwie mit Vorwürtteln, kommt es ja drum zu spielen. Aber es sieht gerade nicht. Na, super, genau das meine ich. Der darf mich jetzt nicht. Der darf ich jetzt noch nicht weiter sehen. Also fahre ich wieder jetzt ein bisschen abseits der Straßen. Ich meine, ich will ja schon alle Rennen fahren, um Gottes Willen, aber, äh, ich komme halt nicht weiter, wenn ich keine, äh, wenn ich nicht die passende Level dafür habe und mir fehlt halt, wie gesagt, sechs. Warte mal. Den habe ich zu spät gesehen. Mit Stufe 11 kriegen wir nämlich neue Teile. Okay. Super, und in dem Moment steht hier eine scheiß Leitplanke, oder was? Reicht aber trotzdem. Sehr schön. Sehr schön. So, dann fahren wir das Radier. So, dann fahren wir das Radier. Ein weiteres Rundkurs, wir haben nämlich Gipfel, heißt das. 140 ist die empfohlene Stärke, wir haben mittlerweile über fast 200. Das heißt, wir sollten das Ding eigentlich hier, wenn nichts Großes passiert, locker gewinnen. Aber, wie gesagt, Need for Speed hat immer so zwischendurch seine Überraschung parat. Wir sehen, wir sollten uns tatsächlich auch so konzentriert zu Ende fahren. Scheiße, da kommt ein Kopf. Bin jetzt doch pissig. War mir fast klar. Achso, das verstehe ich gerade, was wir von mir wollen. A&G mit Vlieseck. Na gut, wenn ich eine Überraschung aufschüsse. Wir haben schon mal runtergefahren, die Plakatwand. Wenn ich mir Kopf zu mir, mein Rennen versaut. Dann bin ich sauer. Nein, ich muss halt rennen. Ich muss zurück. Ich muss zurück. Das Problem, ich bin jetzt auf sieben. Ja, jetzt bin ich in Kommen. Jetzt können wir uns wieder aufs Rennen konzentrieren. Das ist gut, dass die Jungs nicht besonders schnell sind. Das wird auch ohne Räume aufholen können. Weil die... Wobei ich jetzt gerade ein bisschen kurz muss, dass ich mich wieder da vorne sitze. Irgendwie kommt immer was dazwischen. Aber ich spiele eigentlich immer nur mit mir. Da frage ich mich auch gerade die ganze Zeit, dass die mir auf mittlerweile... Warum eigentlich die mir mittlerweile auf uns sagt. So, jetzt bin ich immer ein bisschen abgekürzt. Aber jetzt bin ich wieder voll auch näher. Führe wieder. Und das ist das Wichtigste. Wir könnten hier draußen wirklich ein bisschen Hilfe gebrauchen. Wird schon überraschern. Ich habe euch ja noch insätzliche Einheiten geschickt. Nix, nix. Hahaha. So, das Ding haben wir jetzt hier klar gewonnen. Pass da draußen auf dich auf. Die Cops machen jetzt offenbar ernst. Scheiße. Not hier. Verdammt. Aufgerüstete Einheit ist eingekommen. 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 Aufgerüstete Einheit ist eingekommen.